Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es vor allem um ein Thema. Auch das kommt immer wieder in den Kommentaren vor, die Frage. Und die Antwort ist, nun ja, keine Ja- oder Nein-Antwort. Und zwar, was ich von HIT-Training halte, beziehungsweise ob ich es schon mal gemacht habe oder ob ich es dem normalen Training bevorzuge, etc. Und eine Antwort habe ich schon mal dazu gegeben und auch schon öfters was dazu geschrieben. Und das ist, eigentlich mag ich es grundsätzlich nicht, wenn man nur ein starres System einhält. Nur HIT, nur German Volume, nur Pit Force oder sonst irgendetwas. Von jedem System könnt ihr euch was abgucken. Die langen Versionen dazu findet ihr hier irgendwo. Aber jetzt geht es vor allem um einen Teil, den man sich definitiv von HIT abguckt. Und das ist ein Teil, der in jedes Training gehört, der zum Bodybuilding dazu gehört. Das hier ist jetzt eine Grundregel, die ich euch nennen werde für Widerstandstraining. Zumindest unter meinen Fittichen. Ich als Trainer sage hier ganz klar, das macht man nur so. Und ihr wisst, dass ich bei sehr vielen Übungen, Übungsauswahlvarianten, Bewegungsabläufen, Trainingssystemen, Wiederholungszahlen und so weiter immer wieder darauf verweise, dass das auch eine individuelle Anpassung ist für euch. Ich kann nicht sagen, dass grundsätzlich SZ-Curls besser sind als Kurzhantel-Curls. Bankdrücken schlechter ist als eine Isolationsübung und so weiter. Das kann ich nicht für jedermann sagen, kann aber durchaus sagen, was man beachten muss bei den einzelnen Übungen. Und auch selbst bei den einzelnen Übungen gibt es oftmals eine Ausführung, wo ich sage, das hier ist nicht definitiv falsch, auch das ist eine Anpassungssache. Hier geht es jetzt aber eben um eine Sache, wo ich sage, definitiv, das gehört nicht zum Widerstandstraining. Sobald ihr Widerstandstraining macht, Krafttraining, das Ganze macht fürs Powerlifting, für Calisthetics, für Freeletics, für sonst irgendetwas, das gehört zu jedem einzelnen Training. Und es gibt auch kein System, das das durchbrechen sollte. Und das ist die langsame Ausführung der negativen, der passiven Wiederholung. Dieser Teil muss immer kontrolliert sein. Das gehört mit zu den Rules des Bodybuilding. Das gehört einfach mit dazu, wenn man richtiges Bodybuilding macht. So, jetzt habe ich es ziemlich scharf ausgedrückt und jetzt kommt die Erklärung dafür, aber vor allem auch, was ich damit meine. Hier findet die Kontrolle in jeder Bewegung statt. Ihr könnt gerne explosionsartig die positive Wiederholung machen. Davon halte ich persönlich sehr viel. Lasse aber hier wieder den Spielraum. Es gibt auch andere, die gerade nach dem HIT-Prinzip trainieren, dass man selbst da zwischen drei und fünf Sekunden, manchmal, manche machen es sogar ganz extrem lange, selbst die positive sehr langsam macht. Zum Beispiel beim Bankdrücken langsam hochgeht. Das ist aber individuell und das kann man von System zu System wechseln. Solange die negative immer kontrolliert ist. Die negative wird nie nachgelassen. Zum einen sorgt die negative dafür, für einen Großteil eurer Hypertrophie, eures Wachstumsreizes, hier die Kontrolle zu bewahren. Zum anderen könnt ihr die negative mit viel höherem Gewicht kontrollieren. Das heißt, hier ist es gar nicht nötig, dass ihr bei dem gleichen Gewicht, das ihr schon positiv vielleicht gerade noch bewegen konntet, schnell nach unten geht. Denn selbst wenn man 20 Prozent im obersten Punkt oben drauf tun würde aufs Gewicht, könntet ihr immer noch kontrolliert ablassen, da ihr das nicht mehr nach oben bringen müsstet, da ihr nicht mal mehr in die konzentrische Phase, in die Anspannung kommen müsstet. Das ist möglich. Und alleine dafür, dass es auch möglich ist, sollten wir das ausnutzen. Vor allem, jetzt kommt es aber auch, geht es um Verletzungen. Ihr könnt ihr den Großteil der Verletzungen abhalten. Denn wenn ihr erstmal ein Gewicht fallen lasst, dann habt ihr nur noch sehr wenig Muskelspannung da drauf. Und im untersten Punkt muss der Muskel dieses Gewicht wieder abfangen. Und das ist das gleiche Prinzip, wie wenn ihr zum Beispiel springt. Wenn ihr mit eurem Körper in die Höhe springt und dann landet, was denkt ihr, was die Knie und die Knöchel für eine Belastung abfangen müssen und damit auch die Muskulatur? Euer Körpergewicht? Ja, ihr habt es richtig geraten. Es ist mehr als euer Körpergewicht. Bis zum Vierfachen eures Körpergewichts muss man abfangen. Ein 100-Kilo-Athlet, der hoch springt, muss ca. 400 Kilo unten abfangen. Das ist enorm. Und ähnlich würde es sich verhalten, wenn ihr Bankdrücken macht, 100 Kilo, dann lasst ihr es mehr oder weniger runterfallen. Und unten müsst ihr auf einmal in der wirklich stärksten Anspannung des Muskels von jetzt auf gleich kontrahieren. Und diese 100 Kilo, sogar mehr, wahrscheinlich sogar 150, 200, vielleicht sogar 300 Kilo abfangen. Das ist enorm. Und da kann man auch schön im Muskelabriss kommen. Wenn ihr das alles langsam kontrolliert macht, viel seltener, viel weniger. Das ist schon mal unheimlich wichtig. Aber auch die Kraft und vor allem die Hilfsmuskulatur wird dabei enorm gefördert, wenn ihr das langsam macht. Und hier muss man auf verschiedene Feinheiten achten. Aber um es nochmal klarzustellen und zu wiederholen, egal wie ihr die positive macht, sobald die negative Wiederholung dran ist, und zwar über die gesamte Range of Motion, die ihr gewählt habt, und auch da gibt es keine Vorgaben. Aber eben genau den Teil, den ihr positiv gemacht habt, im Negativen, der wird langsam und kontrolliert gemacht. Und jetzt gibt es dabei Folgendes zu beachten. Und dafür hole ich mal wieder Maip dazu. So, da ist er schon, der junge Herr. Und ich werde euch jetzt etwas demonstrieren, was sehr oft passiert. Beobachtet es bei euch selbst, beobachtet es bei eurem Trainingspartner und versucht genau das zu verhindern. Und glaubt mir, ihr werdet viel mehr Kontrolle über das Gewicht bekommen und wahrscheinlich euer Gewicht auch wesentlich besser steigern und selbst in anderen Übungen das weiter steigern. Und zwar nenne ich sogar das sogenannte Wippen, den Wipp-Effekt. Oftmals schaffen wir es nicht in der absoluten Spitzenkontraktion, das Gewicht zu halten. Erst recht, wenn wir sehr schnell die positive Wiederholung machen und das ein wenig hochreißen. Was absolut in Ordnung ist und was ich sogar selbst gerne mache. Nicht zu schnell, aber mit einem gewissen Tempo. Und dann versuche, die negative zu kontrollieren. Dieser Wipp-Effekt findet statt, wenn ich erst etwas später in die langsame Wiederholung des Wipp-Effekts komme. Nehmen wir mal die SZ-Stange für Bizeps-Curves. Wende dich mal mir zu. Und jetzt, wenn er jetzt ein Gewicht daran hätte, ein größeres, dann passiert oft genau das. Er bringt es hoch mit aller Kraft. Und ihr seht, in den ersten zwei Zentimetern kommt er schnell wieder runter. Erst dann, jetzt macht er es auf einmal langsam. In den ersten Zentimetern, in der Spitzenkontraktion, schnell runter. Dann fängt das auf. Dabei müsste er es schon ganz oben auffangen. Und zwar schon hier. Und dann langsam runtergehen. Gerne auch eine Sekunde oben halten, damit man weiß, jetzt hält es an. Dann geht es runter. Negative halten, hoch halten, langsam wieder runter. Und hoch halten, langsam wieder runter. Dann habt ihr das Kontrollmomentum, indem ihr mit der Spitzenkontraktion haltet. Und das gibt es bei vielen Übungen, dass man sieht, da bricht jemand ein und schafft es genau da nicht. Das Gleiche beim Seitheben zum Beispiel. Dass man nicht ganz oben das hält, sondern erst langsam dann wieder unten weiter anfängt. Achtet mal auf diesen Wipp-Effekt. Den gibt es bei ganz vielen Übungen. Und ihr müsst es schaffen, schon in der Spitzenkontraktion zu machen. Ein Tipp. Wenn ihr merkt, dass ihr das nicht hinbekommt, mit einem großen Gewicht, mit dem ihr vielleicht auch nur sechs Wiederholungen zu machen, das in der Spitzenkontraktion oben zu halten, dann macht ihr wahrscheinlich die positive etwas zu schnell. Umso schneller ihr das hochreißt, desto weniger schafft ihr es, das plötzlich hier oben zu halten, weil das ja auch mit Schwung passiert ist. Dann macht die ein bisschen langsamer, sodass ihr hier oben reinkommt, haltet, langsam wieder runter geht. Dann schafft ihr das wesentlich besser zu kontrollieren. Und dann schafft ihr es auch, die Hilfsmuskeln so weit zu aktivieren, dass ihr bei anderen Übungen wesentlich besser dasteht. Ein Beispiel dafür ist es, dass ich die Kurzhanteln schon von hier unten ganz normal rausbewegen kann und keine große Technik dafür brauche. Das liegt unter anderem daran, dass ich eine so gute Kontrolle über meine Muskulatur bekommen habe, von 20 Jahren Trainings, wo ich die negative Wiederholung sehr kontrolliert gemacht habe. Und dadurch kann dann so ein Effekt entstehen. Was auch entsteht, ist, ihr seid wesentlich erschöpfter vom Training. Ihr glaubt nicht, wie viel es ausmacht, diese negative immer zu halten und welchen Fokus ihr noch braucht. Macht mal ein Rückentraining, wo ihr dann anfangt, immer noch im 10., 11., 12. Satz, den ihr an diesem Tag absolviert beim Rückentraining, immer noch die langsame zu halten, die negative zu halten und langsam zurückzuführen. Und das bis zum Schluss so durchzuziehen, das kostet euch jeden Nerv. Und da werdet ihr auch spätestens merken, viele von euch fangen da schon an, einfach lachzulassen, weil das erfordert unglaubliche Willenskraft. Und nicht umsonst werdet ihr dann dafür belohnt. Ich kann es nur empfehlen, sorgt dafür, dass die negative immer, und wie gesagt, das ist eine Regel, das gehört zum Bodybuilding dazu, immer kontrolliert ist. Mein Leitsatz für allejenigen, die mit mir trainieren und für die, die ich trainiere, ist, lasst dich nicht vom Gewicht kontrollieren, du kontrollierst das Gewicht. Das ist der Leitsatz. Ansonsten habt ihr verloren, den Kampf gegen das Gewicht verloren. Da kontrolliert ihr das. Und wenn man 30 Kilo mehr da dran tut, ich halte das Ganze. Und das ist auch eine große Motivation. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das bereits schon so macht, oder ob ihr es gerne mal ausprobieren wollt. Und schreibt mir hier in den Kommentaren von euren Erfolgserlebnissen, wie war der Muskelkater danach? Wie habt ihr euch gefühlt? Macht es einfach mal, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, und achtet auch mal auf diesen Wipp-Effekt und versucht, sie von Anfang an zu kontrollieren. Wem das gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten abonniert den Kanal. Genau, er hat's raus. Schaut euch die anderen Videos an und schaut mal bei Protein Arena vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, bis bald, euer Tee. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020